Hallo zusammen. Heute geht es um das Video mit der besten Therapie, die beste Methode zum Abnehmen, zum Kraftaufbauen, Ausklaufe, etc. Ich wünsche euch viel Spass und bis nachher. Viele unterkommen zu mir und wollen dann Ratschlag, was ist die beste Therapie, was halte ich für die beste Möglichkeit oder die beste Lösung bei dem und dem Problem. Für das sind das die Ziele. Spannend ist aber, dass sie eine allgemeinwürdige Lösung wollen. Das ist das Beste und das gilt für alle. Vielfach ist es so, dass Kunden zu mir kommen und sagen, ich habe das und das gehört von einem Nachbarn, das muss das Gigantische, das muss das Beste sein, das hilft dir sicher auch oder einem anderen und dort und da. Sie sind so überzogen von dem, dass sie völlig vergessen, dass jeder mit anderen Voraussetzungen kommt, anderen Möglichkeiten und anderen Beschwerden. Und obwohl vielleicht das Beschwerden ein bisschen ähnlich ist, heisst es noch lange nicht, dass sie das gleiche Ziel haben. Jemandem ist vielleicht wichtig, dass er schmerzfrei ist. Jemand anderes, die hat die Schmerzen sind immer gleich. Er kann zwar wieder laufen, kann zwar wieder stärker laufen, kann wieder tanzen, aber es ist immer gleich, wenn ich Schmerzen habe. Es gibt auch Leute, die haben ganz andere Ziele mit diesen Methoden. Jemand anderes sagt, ich will einfach Sport machen, um abzunehmen. Jemand anderes sagt, ich will Sport machen, weil ich mich nachher gut fühle. Jemand anderes sagt, ich will Sport machen, weil ich gut aussehe möchte. Das sind so unterschiedliche Ziele und somit eben auch unterschiedliche Voraussetzungen, die die Leute mitbringen. Ob Mann oder Frau, jung oder alt. Oder ob dick oder dünn. Ob viele Muskeln vorhanden oder noch nicht vorhanden. Ob genetische Voraussetzungen vorhanden sind für gewisse Sportarten, in denen man einen kurzen Oberkörper und lange Beine hat. Oder umgekehrt lange Oberkörper und kurze Beine. Das spielt alles eine Rolle in der Wahl der Methoden, vom Sport etc. Egal ob jetzt therapeutisch oder im Trainingsbereich. Man kann heute grundsätzlich sagen, dass etwas das Beste ist. Weil es gibt nur das Optimalste für eine bestimmte Voraussetzung mit einem bestimmten Ziel. Und dann ist das korrekt formuliert. Das heisst, am Anfang von jeder Behandlung, von jedem Training muss eigentlich Bestandteil sein. Eine Bestandesaufnahme von Voraussetzungen und Möglichkeiten. Was macht er gerne? Und auf der anderen Seite, was sind seine Ziele? Was ist ihm wichtig? Weil das bestimmt schlussendlich den Weg, die Methode oder die Therapieform oder die Trainingsart. Und nichts anderes. Nicht weil es gerade ein Hype ist. Nicht weil es gerade der Nachbar sagt, es ist einfach das Beste, das man probieren muss. Sondern die Voraussetzungen und Ziele der entsprechenden Person. An dieser Stelle möchte ich noch ein paar Sachen erwähnen vom IDO Portal. Ich verlinke noch ein Video. Er sagt ganz spannende Sachen. Nämlich, das ist das, was ich auch immer wieder antreffe im Therapiebereich. Aber auch im Trainingsbereich. Nämlich, wenn du über eine längere Zeit etwas machst. Am Anfang machst du grosse Fortschritte und nachher immer weniger. Und du musst immer mehr Zeit rein spielen, um noch etwas besser zu werden. Und er sagt, always be a student. Also immer ein Lernender sein. Immer auf dem Anfängerlevel. Er sagt auch, durch das, dass wir immer Anfänger bleiben werden, das heißt, immer machst du wieder etwas Neues. Etwas, das du noch nicht kennst. Neue Reize setzen. Das sind wir dann therapeutische. Bringst du den Körper dazu, sich wieder neu damit auseinanderzusetzen. Bringst du auch das Hirn dazu, neue Verknüpfungen zu bringen. Das heißt, wenn du am einen Tag schon dreierst. Und dann vier Wochen später geht es schon etwas gut. Dann wechselst du etwas ganz anderes. Sagen wir ein Radfahren. Dann ist das für das Hirn so schwierig. Und du kannst zuerst so etwas von nichts. Aber es ist ein Blamage. Auf der anderen Seite hast du am Anfang in den vier Wochen den meisten Fortschritt, den du überhaupt haben wirst. Dann wirst du ziemlich schnell viel, viel besser. Und das Hirn beginnt neue Verknüpfungen zu machen. Die Muskeln werden sich etwas umstrukturieren. Und so ist es dann in der Therapie. Es gibt Methoden, die man sagt, okay, nach einer gewissen Zeit muss man mal einen neuen Therapiereiz setzen. Das heisst, man probiert einen neuen Ansatz aus. Man hat vielleicht klassische Massage gemacht. Jetzt schröpfe und Fussabrechts machen. Zum Beispiel. Oder man macht ein aktives Training und geht auf Kraftaufbau und Muskelaufbau und wechselt nachher zur Cardiotraining. Bis man dann wieder zurückgeht zur Krafttraining. Das sind Reize, sich abwechseln, weil es das gleiche ist, wo der Körper irgendwann weiss, wie er sich arrangieren kann und beginnt faul zu werden. Und bevor das passiert, tun wir ihn wieder neu stimulieren, mit neuen Muskelgruppen, mit neuen Therapiereizen und mit neuen Möglichkeiten zum Lernen und zum Weiterkommen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Tag und bis zum nächsten Video.